Oh, die reden! Yeah, man! In welche Faust rein? Hier! Mit der blauen Doppeltür, die vorsteht. Robin, mach die Pistole ready! Scheiß Zombies noch, die Nerven gerade! Wir sind ja nicht da! Ist der hinten raus? Ich hab, ich hab den! Ich hab rot! Bist du, bist du deutsch, ja? Brauchst du ne Magazine? Ich hab noch zwei Sechziger! Ich hab Magazine dabei! Der Marvin, der redete! Der ist der Redete! Wer schießt? Ey, ey, ey! Dort ist auch noch mit rot! Der schießt im roten Dopp! Halt auf dich! Schießt er auf dich? Auf Willen! Ihr Dick! Hör mal auf! Hey, hör mal auf zu singen! Wo bist du? Da singt ihn hier im Hole! Hier im Hole! Da kämpft er mal ab! Was kommt mit hin? Robin, hier ist ganz schlecht! Hier liegt noch einer! Farming Hobattle! Oh, da ist der, mit dem roten Rucksack, der blutet! ich weiß, wegen mir Alter, was geht da ab? Ja, die Ballade rum Das Problem ist, der hat einen Helm auf Ich gehe rechts in die Äpfel rein Aber der hat nix Der hat ja nichts Der oben in dem Haus ist, wo ich gestorben bin, der hat was Ey, das pisst wie Sau bei mir, ne? Ja, das sickt sogar in die Dächer rein Der im Haus hat was, hier waren nämlich Equipte Und jetzt nochmal ganz genau Nein, ich sterbe hier Wir müssen noch über dieses Du siehst uns hier rumlaufen Auf der Strasse also Ne, hinten im Hof, also wo die Fabrik ist Dahinter ist doch dieses Klavierhaus Ja, ja, davon Und dann kommt ja der Hinterhof von den Gebäuden Rechts, Richtung Wasser Achso, okay Ihr müsst uns mal gleich sagen, was ihr anhabt Weil ich schieße einfach jeden über den Haufen Der Typ guckt es Aber der hat ja kein Problem Der Hose ausziehen ist ne gute Idee Wo bist'n du, Marvin? Ich bin auf den Schienen Hä? Ich blute Ja, der hat nen Helm Achtung, hier schießt noch jemand Auf den Schienen, Robben, pass auf Hat ja jemand geschossen? Willst du mal gucken gehen? Da sind wir noch nicht in der Nähe, oder? Aber hier sind ja die Schienen auch schon Du kannst schon langs Neibern dann Achtung, easy Unter dem Regen Ich gucke mal hinter uns Da kommt nichts Oh Gott Ich blute Muss ich mal binden Ich hab mich auch schon verbunden Ich geh grad mal bis zur Schule Warte, blutet der mit dem Rucksack auch? Nein, den hab ich nur einmal geschlagen Ja, ja, der blutet Nein, der hat oben einen erschossen Die Schule ist doch hier links jetzt, ne? Ja, direkt vor uns eigentlich Ja, da vorne, das Gebäude Aber ich sie ja noch weiter Ja, die sind Genau Okay, kümmer du dich mal um den Habt ihr schon wahr? Mit dem Verbinden Boah, der glitscht immer Weg, der Tief, ne? Ja, verbinden, ich brauche keine Verbände mehr Naja, doch, drei Stück Oh, ne Ich bin halt mit einem Währendstil Ach, gewiss Stimmt, du was? Oh, hier sind ja voll die Massen Massenschlägerei Massenschlägerei Und alle bluten sie Und Zombies noch Aber wo sind die anderen Spieler mit den Waffen? Da waren ja mindestens ein oder zwei Äh, ich hab grad nur einen gesehen Ich muss mich mal verbinden Dort läuft noch einer Ah, das ist der jetzt, läuft der weg Dort mit dem Rucksack Robin, jetzt pass auf hier vorne, pass auf Da, da laufen sie schon Ich hab's schon gesehen Da sind da hoch, da hoch ist Aber der hat keine Waffe Irgendwas Rotes Ja, wer ist das Rote? Wir sind hier hinten Ich bleib hier Ich verbinde mich gerade Wer ist das mit dem roten Helm? Wer ist das mit dem roten? Das ist ein Gegner Der steht dort Knall ab, der verbindet sich Da Der verbindet sich, ja Don't shoot, don't shoot Rechts noch einer Wer hat blaues T-Shirt? Das bin ich, das bin ich mit dem blauen Okay, wir sind links von euch Wir sind links von euch Schießt jemand Der Penner hat geschossen Auf dem Easy hat jemand geschossen Ja, hinterm Klavierhaus Wo wir uns gerade da mit dem Typ da gepuselt haben Marvin und ich Okay In dem letzten Haus Bist du das Marvin? Ja Da wurde erschossen Der hat eine Mose in der Typ Im Haus hier drin? Im Haus, ja Wo, wenn man um die Treppen hochgeht Dann macht das doch so hohle Geräusche Ach ja, ja Mit den Fliesen das Ding Ich guck gerade, ob ich was sehe In dem Bild der blauen Tür hat das Haus? Nein, nein, das ist daneben Links daneben Links daneben Oh scheiße, da kann man voll durchgucken Robin, guck mal hier auf das braune Gebäude Robin Ich dachte, der ist da links daneben Oh, ist doch voll die Schüsse von rechts Übelst Zombie Der hat auf jeden Fall eine Mose in der Tür Daneben ist, oder ist es daneben? Doch da oben, daneben In Oh, der schießt Der schießt auf mich Glaub ich Oh, der Ballert voll rein Ist der hier, oder? Dort ist er? Ja, ich hab ihn abgeschossen Oh, oh Noch ein Spieler kommt von rechts Wer ist das denn weich? Los, Looten Looten Looten, wo ist er? Wo ist er? Oh, im Haus, rechts im Haus, rechts im Haus Hier liegt er, der ist ja noch durchgeflischt Was, was, was? Rechts, rechts in dem Ja, in dem Haus Der liegt hier vorne Warte mal, vielleicht ist hier noch jemand drin Der noch jemand? Trotzdem mein Loot Wieso dein? Deinen Sie Teilen wir uns Robin, ich fuße, komm mal her Ja, ich bin direkt wieder berichtet Äh, was willst du denn haben? Ich nehme die Mose Den Rest kannst du nehmen Ah, vielen Dank Das andere ist alles zerstört Ja, auch Ich hatte Stöcker und Seil Hier ist auch noch Loot hier hinten, ne? Mit dem Boden hier raus Ja, guck mal kurz Stimmt, der andere ist auch umgestorben Wer braucht noch Loot? Der andere Typ ist auch verreckt Oh, der hat aber nicht mehr Oh, Gott, er redet Einer redet hier Was? Er redet ja Er redet ja, er redet Du bist denn jetzt? In dem Haus Ich weiß auch noch jemand? Wer ist mit dem Weiß? 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 Der mit der, der die Moseln hat Da steht jemand mit Weiß davor Nein, der schwarze Weißer Keiner vom Grund Wer ist das? Oder da Ist tot Easy? Nee Nee, ich komm jetzt Bin gleich Polizeiwache über Oh, I'm starving Scheiße, ich muss jetzt essen Wo war der eine Typ? Der hat doch auch eine Waffe, ne? Ach, das ist geil Wer ist das in Blau? Achso Ich hab jetzt so einen Rucksack auf So ein Popis Zombie, ich schieß Alter, das dauert übelst mit dem Essen bis Jetzt geht's Ich muss noch meine Munis decken Übel Aber der war equipped, der da oben drin war, ne? Ja Mit Moseln Ja, ich hab die Moseln geklaut Ja, aber die Moseln hatte nix, oder? Kein Aufsatz, der jedenfalls ist so aus Oh, ich schieb Echt, Zombies Hier sind nur Zombies am Spawnen grad Der ist doch jetzt noch von anderen Spielern, ne? Mit Waffen Oder wo waren die? Hier vorne liegt auch noch was Hier liegt auch noch ein Spieler Der hier Mit Equipment, mit Helm und so Ach, das ist der, den ich geschlagen hab Äh, wer glitcht hier tot auf dem Boden? Ja, das ist irgend... Hä? Ist das der easy? Mit der Schipper ist der easy, ja Habt ihr mich schon gelootet? Du hast doch nix Du hast doch nix Du hast doch nix, weiter Das seid ihr jetzt beide, ne? Das sind Stücke und so Stücke und ein Seil Hast du Munition genommen, Nils? Für das Ding? Ja, klar Ich hab auch noch Munition für SKS Ich hab auch noch 10 Schüsse oder so Keine Ahnung Ich hab noch einen Muffin-Auto-Injektor und einen Salin weg Ich glaub ich geb mir das Salin weg mal Ich hab auch noch einen Muffin-Auto-Injektor SKS Munition auch mal, äh Ein Mosin-Schuss, super Mh, SKS finde ich auch wie Sau Ja, SKS ist ja auch eine geile Waffe Oh, es hat aufgeregt zu regnen Ja, ich bin gleich da Ja Weiß T-Shirt, nicht schießen Ihr seid ja noch da, wo ihr den Team schießen Wir sind noch da hinter den Gebäuden, ja Ja, da komm ich jetzt nicht Da wo du dich fürs Team geopfert hast Ja Guck mal ins Klavierhaus, vielleicht liegt da noch irgendwas Wir gehen euch noch vor, bist du Polizei oder warte da schon? Es kommt rechts, da ist der Easy Rechts ist der Easy Oder? Ja Ich bin da eben hoch zu meiner Leiche Die ist unten drunter durchschnittlich, ich glaub Die ist weg Weiß Stormage, klar Nö, ich, ich, weg Hier liegt so eine halbe Leiche am Balkon Ja, das war der Heide Ich hab' nen Sack gefunden, ne? Mosin, Moni, wir hatten Mosin, Moni Echt? Ich hab' nie alles mitgenommen Ey, mit, nimm mit Na, bis jetzt Wer ist das hier, wer ist das hier, wer ist das hier? Wer ist das hier? Spieler mit Cap Mit der Cap Mit der Cap Wer ist der andere? Äh, Marvin hört mir doch nichts zu Ne, ne, Marvin ist grad genau dahin gelaufen, wo der Weiße kam Ja Der ist da lebt noch drin, der Weiße, ne? Der ist drin Der ist reingelaufen, der haut jetzt den Easy um Echt? Ja Hast du Verband für dich selber, oder soll ich machen? Nö Oh, ich hab' Ich mach' Ich mach' Da redet jemand Naja Oh, das klingt übelst, ey Alter, was war dat denn? Warte, der ist hier rausgelaufen Der ist da mit der Mosin, das bin ich, das bin ich Oh, ich hab' noch'n Zombie, Achtung Wo ist'n der andere? Schwarz Jacke Wo ist'n der andere? Der ist hochgelaufen Bist halt echt zum falschen Zeitpunkt da rumgerannt Ja, ohne den jetzt, pass auf Ist das hier mit dem Ruins-Sachen? Wer ist das? Wer ist das? Hier, mit der schwarzen Jacke? Ja Der ist der Typ vom Balkon Alter, Easy Das ist doch unfair Achtung Aber der hat auch nix hier Ich hab' den erschossen Ja, der hat aber auch nix, glaube ich Egal Heidet die Bodies Ach Quatsch, da oben ist noch jemand Ist das ein Marvin? Ich glaube nicht Hier unten Der hat aber auch nix hier unten Links ist noch ein Motorradhelm Ist links noch drin und so Nehmt euch Helme zum Kloppen Ach Ich klopp mich nicht mehr Achso So, jetzt weiter Ja, ja EGPA EGPA Erstmal hier übers Ding Erstmal hier nächstes Klavierhaus EGPA dann Das Klavierhaus war eh schon Vielleicht drin Ja, vielleicht sind noch irgendwo Spieler jetzt Auf'n Weg Welche Schüsse kommen noch von rechts Warte, schon in der nächsten, in der Industriehalle hier? Nee Da ist manchmal auch noch Farbe, Ausrüstung Ja, ein Zombie hinter uns Ich hab' ne Säge gefunden In der Halle Äh... Wie erschießt ihr eben den Zombie? Haben wir so viel Mose-Munition, dass ihr so oft schießen könnt? Keine Ahnung Ich hab' 20 Schüsse noch bei dem Typ gefunden In der Tasche Ich bin schon gleich ganz ganz vorne am Ende Von dem Gelände Braucht einer in Mose-Munni? Wer will die haben? Äh, ich brauch' welche Wer bist du? Ja, und bin gerade erst am Klavi-Haus vorbei Am ersten Ja, dann renn weiter durch An der Factory vorbei Ich geh' mal ins Eckhaus rein Du will dich Ach, das ist der Marvin Der liegt ja Der liegt ja Nur das eine Gebäude offen Weil wir uns da gerade gebäckelt haben An dem Haus hier in dem blauen? Nee, stimmt, falsches Haus Hier ist nur ein Haus offen Ich bin da da rein gelaufen Ja, es gibt doch noch Klar, nee, warte Oben liegt Pistole und so Wo? Hier oben in dem... Da ist noch eine blaue Tür offen In dem Haus Ja Liegen auch noch Klammerten oben drinnen Ich geh' noch weiter hoch Hier die Pistole Weil, warum ist hier offen? Nicht, dass hier wo der Sniper liegt Wo ist denn die Pistole drin? Das kann alles sein Unten rechts im Gebäude In der Tür Nee Haus ist sauber Bis oben hin In dem daneben? Oh, die Tür nach vorne ist offen Nee, die war zu Achso, daneben In dem daneben Hier rechts müsste doch nur eine Pistole sein Äh, wer hat rote Sachen an? Rot keiner Schießen Okay, ich hab'n gesehen Wo? Eckbar Unten Easy bist du, ne? Och, ja Eckbar, da wollte ich eh hin Ist jetzt reingelaufen in die Eckbar? Oh, Schuss Was, Schuss? Hinter Eckbar Ja, down Achso Hatte dir was? Nein Ah Scheiße Mist Warte, hier hast du die Mose nun in die Ich lass' mal stehen Ja Ich hab'n insgesamt 21 Schuss Das steht Zombie hinten auf dem Dach Im Industriegebiet auf dem Wälder stecken Siehst du das? Oh, danke Ja, stimmt Oh, geil Ich hab'n wieder Muni Kann auch sein, dass du nur ein Kannst Kannst du, ne? Wo ließen wir? Wenn der nichts hat denn? Äh, der wollte gerade reinlaufen ins, ähm Eckbar Äh, nee, nee, in, äh Sunny Haus Was, bitte, hier? Ja, ja Für mich ist das der Sunny Haus Wer geht ins blaue Haus haben? Die liegt in Trinkflasche Wer da grad'n Medikett, oder? Hier ist noch ein Schuhrucksack Easy Oh Perfekt Warte, ich schieße noch einmal drauf Und, und ne Karte von Chernavus Die geben wir Marvin Nein, der ist tot Oh, das ist nur die Herzen, der ist tot Und zwar nicht auf den Typen, der da schon liegt Äh, hier ist ein Cowboy-Buch Wollen wir mal zur Polizei? Polizei sieht sauber aus, oben und so Hier ist ein Cowboy-Buch Keine Bewegung Türen sind offen Oben? Läuft noch jemand von euch Ich bin im Eckhaus Der hat mir den Cowboy-Hood angezogen Ich snappe mal ganz kurz auf den Berg hoch Wer, wer ist mit dem Roter Backpack? Easy Hat easy jetzt, ja Easy, die Schiffe Mach heute mal nix, zwei andere Folge Oh, töten Wo? Wo? An den Gleisen hinten beim Bahnhof Der wird nichts haben, oder? Dann hat er aber nur einen Feuerlöscher Böten Ich brauch was zu essen Das Ding ist ja voll Manu, hast du was zu essen? Ich kann euch gleich was geben noch, wenn ja Ja, weil ich bin einem extremely hungry Bleib mal, wo bist du, bist du am Bahnhof? Eckhaus, immer noch im Eckhaus Warte, ich komme Der Typ ist jetzt auf der Seite von der Polizei Station leichter 0 0 0